Schwert Geflüster, der HEMA-Podcast, mit Alexander Fügut und Michael Sprenger. Schwert Geflüster, Folge 42. Wir machen heute einen kleinen Rückblick zu den DDHF-Trainertagen digital. Wie immer mit mir Alexander Fügut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Michael Weißer, wir sind jetzt schon an dem Punkt in unserer Podcast-Karriere angekommen, wo wir uns so denken, hey, mich würde deine Meinung dazu interessieren, aber bevor wir das jetzt einfach so sagen und dann haben das nur zwei Leute was davon, die davon profitieren, nehmen wir es doch einfach gleich auf und machen einen ganzen Podcast raus. Von daher reden wir heute mal drüber, wie die Trainertage digital so waren, denn du warst als Teilnehmer da, ich als Organisator, wie das Ganze ablief und ob das irgendwie was ist, was man so Corona denn weiter das erfordert nochmal machen kann. Das erfahren wir heute in dieser Folge. Das ist eigentlich, ich finde, das ist auch eine schöne Zukunftsperspektive für den Podcast, die du gerade gegeben hast. Wir unterhalten uns nicht mehr über Dinge, sondern einfach, zack, direkt eine Podcast-Folge. Wie findest du das neue Regenier, Langschwert, Feder, Dingens, Moped? Ach komm, lass eine Podcast-Folge drüber machen. Das wird die Zukunft von Schwertgeflüster. Ja. Ich erkläre vielleicht anfangen nochmal kurz die Historie. Ich habe irgendwie ein paar Jahre lang gemeckert, dass die Trainertage vom DDRF gar nicht mal ihr volles Potenzial entfalten können, weil das aus meiner Sicht zu viel Frontalunterricht war und zu wenig Interaktivität zwischen den Teilnehmern, beziehungsweise hast du einen Raum voller Trainer und nutzt das nicht. Und dann hast du irgendwann, glaube ich, zu mir gemeint, ob ich nicht mal die Trainertage machen will oder irgendwie so in der Art. Auf jeden Fall ist das aus dem Gespräch von uns beiden heraus entstanden, glaube ich. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ich bin immer jemand, der sagt, wie würdest du es denn besser machen und was würdest du anders machen? Hast du nicht Lust, das mal zu organisieren? Ja, schon so ein bisschen gerissen von dir auch. Ja, ich bin ein Fuchs. Ja, das war gleich im Frühlingsfechten letztes Jahr, als dieser Gedanke gereift ist, als wir da irgendwann mal beim Abendessen saßen. Das ist durchaus möglich, ja. Das war die Geburtsstunde der Trainertage. 2020. Wo wir natürlich auch nicht umhin kommen, ein kleines bisschen über deine Odyssee zu reden, die du mit diesen Trainertagen hattest. Ja, man muss dazu sagen, es gab 2019 auch gar keine. Und es sah ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so richtig aus, als würde sich jemand finden, der die organisiert. Also die sind zwar vom DDRF, aber das heißt ja, irgendjemand muss die machen. Ja, irgendeine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen. Und naja, ich habe dann mal leichtfertig gesagt, ich mache das. Ich zeige so ein, weißt du, so dieses leicht arrogante, ich zeige euch mal, wie es richtig geht. How hard can it be? Genau. Und dann waren die vom März angesetzt. Und ich habe ja schon über ein Dutzend Thema Events organisiert. Ja, kein Problem. Ich weiß ja, wie das abläuft. Und die, ich sage mal, von den Events, die ich gemacht habe, die Trainertage waren auf jeden Fall eines der am besten durchorganisiertesten Events. Ja, da war irgendwie alles klar. Ich hatte meine To-Do-Liste, was tatsächlich noch am, also gerade in der Woche direkt vor dem Event zu tun war. Aber alles andere war geregelt. Trainer waren da, Teilnehmer waren da, Location und so weiter, war alles vorbereitet. Und dann, ja, dann kam 2020. Es setzte mit einer leichten, es begann mit einem Schnupfen, entwickelte sich so zu einer starken Erkältung über eine Grippe mit Fieber und Pneumonie hin zu Corona und dann dem, ja, dem Ausfall der ersten, des ersten Versuchs. Und das war so ein Ding, wenn die drei Wochen oder vier vorher stattgefunden hätten, dann wäre das Event einfach durchgelaufen. Das war quasi gerade an der Grenze, wo das klar war und wo dann der erste, also wo halt dann die ganzen HEMA Events auch abgesagt worden sind, wo das alles losging. Und man dachte erst noch so, naja, das ist so ein kleines Event, irgendwie 33 Leute maximal, vielleicht geht das ja doch und, ja, war nicht. Dann haben wir gesagt, naja, verschiebt man das doch mal auf später ins Jahr, weil wer weiß, vielleicht findet man ja Medikamente oder Impfstoffe oder was auch immer. Wir packen das mal so spät ins Jahr, wie es geht. So, wo man aber vielleicht noch irgendwie ein bisschen einigermaßen okayes Wetter hat. Also so in den Anfang November, Ende Oktober, quasi auf Halloween. Ja, es war eigentlich ein super Zeitpunkt rein formal. Und es sah ja über den Sommer auch alles ein bisschen besser aus, was die ganze Corona-Geschichte angeht. Ja, wir hatten Hoffnung, die Trainertage stattfinden lassen zu können. Und analog zum März war es dann wieder so, dass man den Zeitpunkt, wo die hätten stattfinden können, in persona um so ungefähr drei Wochen verpasst hat. Hätten die drei Wochen früher stattgefunden. Also zu dem Zeitpunkt gab es auch immer Events, dann wären die ganz normal durchgelaufen. Und halt, wir wissen es ja alle, dann am 1. oder 2. November, also an dem Montag, war ja dann der Lockdown-Light der Startschuss. Das heißt, ja, die waren dann gerade so davor, wo dann aber schon klar war, die Maßnahmen kommen und ja, alles ein bisschen schwierig wurde. Wir haben das Wochenende alle zu Hause verbracht. Oder vielleicht nicht zu Hause, aber auf jeden Fall, die allermeisten Teilnehmer waren nicht in Ulm. Genau, weil das war so ein bisschen die Frage. Also das war dann zwei, bisschen unter zwei Wochen vorher klar, dass sie auch das zweite Mal nicht stattfinden können. Und dann hatte ich mir voll schön überlegt, also wenn das jetzt wieder nicht klappt, nochmal verschieben tue ich sie nicht. Weil das kann es ja irgendwie nicht sein, dass du es immer so im Halbjahrestakt verschiebst und dann verschiebst du nochmal. So entweder die werden jetzt abgesagt oder man macht irgendwas anderes. Und dann war es halt so, man könnte die ja theoretisch auch digital machen. Also es waren eigentlich Workshops geplant und so Praxisdinge, aber man könnte ja das Ganze einfach zusammenkürzen von zwei Tagen auf einen Tag und man könnte dann Vorträge draus machen anstatt Workshops. Und ja, das war dann so ein bisschen, wenn man es einfach abgesagt hätte, dann wäre nichts passiert. Dann hätte ich ja die ganze Arbeit vorher umsonst investiert, die ganze Vororganisation. Und dann wäre das so in der Luft gehangen und einfach verpoppt. Und dann dachte ich mir, nein, ich mache mir jetzt noch den extra Aufwand, das Ganze nochmal spontan auf digital umzuschwenken, weil dann habe ich wenigstens diesen Abschluss hinten dran. Dann haben die zumindest in irgendeiner Form stattgefunden. Zumindest so ähnlich, wie ich mir das ursprünglich mal gedacht hatte. Ich war da voll skeptisch, als du das erzählt hattest, dass du die digital machen möchtest. Dann dachte ich mir, also ich kannte ja dann den Plan und dachte mir aber, ob das eine gute Idee ist. Irgendwie diese Vorträge da, die basierten ja schon darauf, dass man irgendwie anwesend ist, dass man was zeigen kann, dass man Leute auch irgendwie korrigieren kann und dass auch Leute irgendwie mal selber was machen, irgendeine Erfahrung machen. Und da war ich sehr, sehr skeptisch, ob das so sinnvoll ist, ob das hinhaut. Ja, also wenn du das gerade ansprichst, was wir im Endeffekt gemacht haben, es hätte vorher drei parallele Workshops a drei Stunden geben sollen, so drei unterschiedlichen Themen. Das sind jeweils eineinhalb Stunden Workshops nacheinander geworden. Es gab Kurzvorträge, einen davon hatte ich ja je schon vorher auf YouTube veröffentlicht. Einer fiel weg und die übrigen vier wurden einfach quasi auch gehalten als Vortrag. Die Teilnehmereinheiten am Sonntag sind einfach komplett weggestrichen worden, weil das ging halt nicht anders. Und aber den Open Space haben wir dann halt noch digital über Discord gemacht. Also quasi ein freies Ausstauschformat der Teilnehmer untereinander. So war das dann ein Event, was samstags um neun Uhr morgens losging für die Teilnehmer. Für mich schon früher, weil wir noch einen Technik-Check gemacht haben. Und dann abends um sechs quasi vorbei war, der offizielle Ende der Veranstaltung. Wollen wir mit der Geschichte noch ein bisschen weiter einsteigen, ein bisschen weiter vorher einsteigen. Du hast ja gesagt, die Idee ist so um das Frühlingsfechten, also so April, Mai 2019 rumgeboren und quasi auf unserem Mist gewachsen. Prä Schwertgeflüster haben wir schon die Himmerwelt nachhaltig beeinflusst. Sehr schön. Und ja, was war denn dein Kritikpunkt an den bisherigen Trainertagen? Na, die bisherigen bestanden eben nur aus Frontalunterricht und Vorträgen. Also da gab es jemand, der von den Ausrichtern der Trainertage als kompetent eingestuft worden ist. Und der sollte dann irgendein Thema vermitteln, entweder auf praktische oder theoretische Art und Weise. Und das Problem daran ist ja, du hast einen Raum mit 30, 40 Trainern, die das alle teilweise ja auch schon, also manche, also über fünf Jahre, manche auch schon zehn oder noch länger machen. Und du sapfst aber deren Wissen gar nicht an, obwohl die ja auch viel Wissen mitbringen. Vielleicht jetzt nicht speziell zu diesem Thema, aber insgesamt. Und wenn du keinen Raum schaffst, wo die Teilnehmer sich in einem moderierten Umfeld irgendwie austauschen können, dann geht dieses ganze Wissen halt nicht in die Veranstaltung ein. Und das lohnt sich eigentlich bei so einer Expertenveranstaltung nicht so richtig aus meiner Sicht. Das war das eine. Und das andere, das, was du eigentlich als Trainer machst, ist ja in der Halle stehen und Training geben. Und das ist ja eigentlich das, was am Ende besser werden sollte. Und wenn du jetzt halt theoretischen Unterricht bekommst, kann das sein, das passt ganz zufällig genau zu deinem Problem oder halt auch nicht. Also es kann sein, du gehst da einfach hin mit irgendwelchen Problemen, die man halt als Trainer hat und gehst dann aber wieder heim und sagst, das war ja ganz interessant, aber ob mir das jetzt wirklich was geholfen hat oder nicht, naja, könnte ich jetzt nicht deutlich bejahen. Und um das zu verhindern, solltest es zum einen den Open Space geben und zum anderen eben auch die Workshops der Teilnehmer. Also jeder Teilnehmer hätte bei den analogen, physikalischen Trainertagen 20 Minuten die anderen Teilnehmer seiner Gruppe unterrichtet und hätte dann 10 Minuten Feedback bekommen, um eben so generellen Dingen wie Auftreten, Sprache und so weiter, was den anderen halt aufgefallen ist, ja, dass man halt auf jeden Fall mit mehr Wissen heimgeht, als man gekommen ist und eben auch die anderen Teilnehmer anzapft, die ja auch das alles schon lange, lange machen unter Umständen und sicherlich auch was zu sagen haben, beziehungsweise wenn dann halt irgend so ein alter Hase unterrichtet, dass der halt auch mal nochmal neue Impulse kriegt, was vielleicht in seinem Verein nicht mehr passiert, weil sich jeder denkt, oh, dem alten Hasen kann ich eh nichts mehr sagen, dem gebe ich jetzt kein Feedback. Das hat sicher seine Richtigkeit, was er da so macht. Und welchen Ansatz hast du dann ganz konkret verfolgt? Also du hast gesagt, du möchtest den Austausch zwischen den Trainern, zwischen allen Anwesenden beflügeln, also hervorbringen und woher, welche Mittel hast du dafür eingesetzt und woher kanntest du die? Also du hast ja zum Beispiel schon den Open Space erwähnt. Das war jetzt zum Beispiel für mich ein relativ neues, eine neue Methode, die ich aber ziemlich interessant fand und die auch digital sehr gut geklappt hat. Genau, welche für die, die sozusagen nicht dabei waren, welche Methoden haben wir denn jetzt bei den Trainertagen gehabt und wie ist es dann deiner Meinung nach, wie gut hat das funktioniert? Also bei den Analogen wäre die Zeitaufteilung gewesen, eben drei Stunden für diese initialen Workshops. Dann die restliche Zeit vom Samstag wäre der Open Space gewesen, immer nach Mittagessen hätte es die Kurzvorträge gegeben, hauptsächlich zur Überbrückung auch von dem Fresskoma, Fresstief. Und der Sonntag wäre komplett für die Teilnehmereinheiten gewesen. Das heißt, zwei Drittel des Events wären Austausch der Teilnehmer untereinander gewesen. Und die Workshops gab es vor allem deshalb, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass wenn es die nicht gibt, dass die Leute dann kommen, weil sie die anderen Formate nicht kennen. Das heißt, du brauchst irgendwas, um sie herzulocken, dass du sie durch die Tür kriegst, dass sie dann die anderen Formate kennenlernen können und feststellen, wie wertvoll die sind, weil sie die halt vorher noch nie genutzt hatten. Genau, vielleicht erst zu den Teilnehmer-Workshops am Sonntag. Das habe ich von den Trainertagen von Indes in Salzburg. Die haben das immer, also ich war da glaube ich die letzten fünf Jahre, sechs sogar, und die haben das jedes Mal so gemacht. Und das war halt jedes Mal sehr interessant, weil du immer eine neue Perspektive auf dein eigenes Auftreten kriegst, auf deine eigene Art zu unterrichten. Auch bei den anderen immer sinnvolle Sachen beibringen konntest, und das hat auf immer Impulse gesetzt. Und das wäre Reihe und Rechnerin schon auch aufgegangen, bei den, also bei 30 Teilnehmern war angepeilt. Und ja, gut, das kannst du natürlich nicht machen, wenn du es digital machst, und den Open Space gab es aber noch digital. Open Space funktioniert so, die Teilnehmer kommen ja mit verschiedenen Problemen und Fragestellungen zu so einem Event, und du lässt dir die Fragestellungen und Probleme, die sie haben, irgendwo notieren, auf einem öffentlichen Board. Also jetzt in dem Fall war es ein Google-Doc, weil es digital war, in echt wäre das halt irgendeine Wand gewesen, wo dann jeder sich ein Post-it oder so eine Karteikarte genommen hätte, da sind jemand draufgeschrieben und irgendwo an die Wand geklebt oder gepinnt. Und das können alle machen. Und das soll dafür genutzt werden, wenn ich als Trainer ein bestimmtes Problem habe, dass ich dann von Leuten, die auch an diesem Problem Interesse haben, entweder weil sie denken, sie können was beitragen, oder weil sie denken, sie können was dabei lernen, sich mit dieser Unterhaltung einklinken. Das Ganze ist aber öffentlich, das heißt, jeder kann zu jeder von diesen Gesprächen gehen. Jetzt digital war das so, dass wir das über Discord gemacht haben, und dann gab es halt verschiedene Discord-Kanäle, also es gab dann irgendwie acht Themen, die wurden halt auf die verschiedenen Kanäle verteilt. Es gab zwei Zeitschlats nacheinander von jeweils nach einer halben Stunde. Und dann konnte man sich halt frei in jedes von diesen Diskussionen einbringen oder halt auch mal durchklicken. Also du konntest quasi einfach fünf Minuten in einer Diskussion zuhören, fünf Minuten in der nächsten, fünf Minuten in der dritten und so weiter, oder du bist halt die ganze Zeit bei einer geblieben. Also und woher kommt das? Das kenne ich von IT-Konferenzen. Das ist ein übliches Format, wie man da bei den Teilnehmern... Also du hast ein bisschen das Problem, dass die Teilnehmer alle sehr spezielle Probleme haben und du die mit Vorträgen halt auch nicht abdecken kannst, aber andere Leute, wenn du da ein paar hundert Leute hast, wahrscheinlich ähnliche Probleme haben, dass die halt so die Köpfe zusammenstecken können, wie sie sich da austauschen. Das wird aber auch für ganz viele andere Sachen verwendet, sobald du halt eine größere Gruppe von Leuten hast, die irgendwie ihre Probleme lösen wollen, aber halt auf eine moderierte Art und Weise. Selbstmoderiert eigentlich. Und bei so einem Opspace, ich sag mal, das lief ja jetzt sehr, sehr produktiv ab, wie wir das da hatten bei den Trainertagen. Also war zumindest mein Empfinden. Alle Räume, in denen ich teilgenommen habe, liefen super konstruktiv ab und hatte das Gefühl, dass es für den oder diejenige, die die Frage da formuliert haben, oder das Thema auch zumindest ein bisschen was gebracht hat, Wie stellt man aber bei sowas sicher, dass das, also es ist ja frei, die Teilnehmer moderieren sich ja selbst, also es gibt dann pro Raum nicht einen definierten Moderator. Wie stellt man denn sicher, dass das nicht aus dem Ruder läuft? Also gerade in der HEMA-Szene, die ist ja dafür bekannt, auch mal, wie soll ich sagen, in Diskussionen etwas abzuschweifen. Der Trick ist so ein bisschen, dass dadurch, dass du ja dein Thema frei wählen kannst und dass es mehrere Themen gleichzeitig gibt, sind die Leute nur bei dem, was sie auch tatsächlich interessiert eben, weil sie denken, sie können was lernen oder weil sie was dazu beitragen können. Das heißt, du hast da wenig so unbeteiligte Passanten und wenn dich natürlich ein Thema interessiert und da machen Leute irgendeine Seitdiskussion auf, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat oder irgendwie nichts beiträgt, ist die Chance natürlich höher, dass dann auch, sagen wir mal, eher schüchterne Charaktere einfach mal was sagen und dann sagen, hey, Leute, das ist aber jetzt nicht das Thema, wollen wir vielleicht wieder über das eigentliche Ding reden. Und dadurch, dass du das normalerweise bei Konferenzen machst, hast du so eine gewisse Hürde. Also die Trainertage haben ja jetzt ja auch was gekostet. Das heißt, es waren nur Leute da, die zumindest so viel Interesse hatten, die 15 beziehungsweise 20 Euro zu bezahlen, da dabei zu sein. Das heißt, diese Internet-Trolle, die eh nur unkonstruktiv rumlamentieren wollen, die gehen nicht über diese Hürde. Und wenn doch, dann haben sie vielleicht doch tatsächlich ein Interesse an diesem Thema. Und wenn es halt einfach nur unterschiedliche Sichtweisen sind, die aufeinanderprallen und es sind aber noch mehr Teilnehmer dabei, die Interesse haben, auf konstruktiven Diskussionen haben, dann regelt sich das irgendwie. Das sind interessante soziale Effekte, die da zum Tragen kommen. An der Stelle seid noch erwähnt, für alle, die nicht dabei waren, die Räume für den Open Space, die hatten auch Namen, die Alexander vergeben hat, die ich sehr, sehr, sehr amüsant fand. Also das waren fünf, kann man sich vielleicht denken, Zornhau, Krumpau, Twerhau, Scheitelhau und Schielhau. Und der sechste Raum, der leider nicht besetzt wurde mit einem Thema, das war der Sparren. Ich bin auch ein bisschen beleidigt, dass keiner sein Thema im Sparren besprechen wollte. Dabei ist das doch der bekannte, positive Abschluss in den Liegnitzer Dolchstücken. Wenn ihr mal Interesse an einem Liegnitzer Dolchworkshop habt, sprecht uns gerne an. Wir machen ein gesamtes Wochenende nur zum Sparren. Okay, aber wir machen hier auch gerade irgendwie so ein Sidequest auf, was gar nicht so viel mit den Trainertagen zu tun hat. Das war quasi der Open Space. Naja, du kannst ja, also du bist ja jetzt tatsächlich weitestgehend als normaler Teilwisser dabei gewesen. Du hast halt noch einen von den Kurzvorträgen gehalten, aber ansonsten warst du ja einfach dabei. Magst du vielleicht einfach mal deinen Eindruck schildern, wie du das ganze Event so erlebt hast, nachdem du ja auch anfänglich durch das Skeptis warst? Also ich habe ein sehr, sehr positives Resümee. Das hatte ich dir auch schon geschrieben. Also ich war hellauf begeistert. Besonders deine Einleitung, das mit den Schwertgeflüster-Trainertagen einzuleiten. war ich schon mal, da war der Tag für mich eigentlich schon gerettet. Da hätte sonst was kommen können. Ich hätte nicht mehr aufgehört zu grinsen. Es gab am Anfang drei Vorträge von Tom Brennauer, Alex Fürgut und Lukas Mettlegöer und von Tore Wilgens. und Tom hat da im Prinzip so die Basics für ich sage mal Vereins- und Schulgründung, ich sage mal Gruppengründung präsentiert. Auch viel aus dem, was er erlebt hat. Also Tom Brennauer, für die, den das gerade nicht sagt, ist der Gruppenleiter von Gladiatorius München und dem ganzen Konstrukt dahinter, was er uns erklärt hat und auch die Gründe, wann man welche Organisationsstruktur wählen muss oder Unternehmensstruktur. Das war durchaus interessant. Dann du und der Lukas, ihr habt ja ein quasi ein Seminar oder einen Vortrag zum Thema Aliveness gegeben, also quasi Trainingsmethodik für für Wettkampf nahes Training oder eben sage ich mal, so würde ich es jetzt mal nennen oder würdest du die Bezeichnung anders treffender wählen? Naja, also eigentlich Trainingsmethodik für Freikampf und Ausrüstung im Wesentlichen. Und der Tore hat einen Vortrag zum Thema Interpretation gemacht, wo es dann aber weniger um den ich sag mal um die Quellentreue ging, als darum, wie man diese diese Anleitung, die man in den Quellen findet, biomechanisch korrekt oder was heißt korrekt, aber biomechanisch sinnvoll umsetzt und auf welche Punkte man achten muss bei so einer Interpretation, wenn es ums wirkliche Kämpfen geht, also wenn man Kraft übertragen will, wenn man auch in den Quellen wird ja auch Schaden gemacht, das heißt die Interpretation muss auch irgendwie so gemacht sein, dass man mit der Aktion dann auch Schaden anrichten könnte und das fand ich auch super interessant, also bei mir sind Bone Stacking und rechte Winkel hängen geblieben und jeder, der das noch nie gehört hat, fragt sich jetzt bitte was? Was macht ihr auf dem Friedhof? Also wer nicht dabei war, kann es nur empfehlen, die genannten Vortragenden doch mal einzuladen ein Seminar, einen Vortrag, einen Workshop zu einem der Themen zu halten, super interessant. Dann war der Vormittag rum und auch der erste Teil des Nachmittags, also den Pro-Vortrag hatten wir anderthalb Stunden, dann also zwei Vorträge, eine Mittagspause und nochmal ein Vortrag. Gefolgt von Kurzvorträgen zu verschiedensten Themen, also die waren so angelegt, dass man sich vorher quasi um ein, konnte man ein Thema einreichen und hätte es mehr Themen als Plätze gegeben, also insgesamt gab es ja sechs Plätze. Ja, genau, das war quasi auch ein Teilnehmerwissen anzapfen, nur diesmal mit Vorbereitung, also jeder Teilnehmer konnte einen Kurzvortrag einreichen und hätte dafür dann auch Rabatt gekriegt für die analogen Trainertage ein Teil seines, also seiner Kosten halt wieder zurück und bei den digitalen Trainertagen hat man quasi den Eintritt erlassen bekommen, wenn man einen Kurzvortrag gehalten hat. Genau und hätte es mehr Kurzvortragsthemen als Slots gegeben, dann hättet ihr glaube ich abgestimmt oder ausgelost. Genau, aber es kamen dann genau sechs zusammen am Ende. Und dadurch hat das ganz gut gepasst und jetzt waren es ja eben noch vier, die dann live gehalten wurden und danach ging es in den Open Space eigentlich dann direkt über. Ja, genau. Auch die Kurzvorträge super, super interessante Themen, auch quasi genau dieser Wissenstransfer, den du angesprochen hast, finde ich, der kam da sehr schön rüber und also ich habe da sowohl aus den ich sag mal geplanten oder den großen Vorträgen und den Kurzvorträgen sehr, sehr viel mitgenommen und war erstaunt, wie gut ihr das hingekriegt habt, eure Themen in Vorträge zu gießen, die dann trotzdem noch interessant sind und wo du trotzdem noch einen signifikanten Wissensgewinn hast dabei. Also gerade euer Thema Freikampf in voller Ausrüstung, das jetzt in einem reinen Vortrag zu machen, ist natürlich eine echte Herausforderung, aber ich finde, das ist euch richtig, richtig gut gelungen. Also für die, die nicht dabei waren, Alex und Lukas haben das sehr schön mit Videos aufbereitet und da sehr Step by Step die Zuschauer und Zuhörer herangeführt, sodass man zumindest, man hat es zwar dann noch nicht selber machen können, aber man konnte sehr gut nachvollziehen, was mit den einzelnen Schritten gemeint war. Ja, das war auch sehr cool, dass sich die Workshop-Leiter darauf eingelassen haben. Also ich meine, ich habe die ja im Endeffekt auch mit eineinhalb Wochen vorher angerufen gemeint, hey, könntest du das auch digital machen? Und die mussten ja dann sozusagen auch von der Länge her sich auf weniger Zeit beschränken und auch versuchen, was eben physikalisch normalerweise unterrichtet wird vor einem Raum von Leuten, wo man dann auch Feedback kriegt von den Leuten, ob das, was man gerade erzählt, gut ankommt oder nicht, halt auf einen Vortrag umzustellen und ja, ja, haben sie aber alle darauf eingelassen, auch wenn das sehr spontan war. Aber ja, es eigentlich, also es haben sich alle große Mühe gegeben, das entsprechend rüberzubringen und für die Kürze der Zeit fand ich das eigentlich auch ziemlich gut, was dann letztendlich rüberkam. Also in echt ist natürlich immer noch mal schöner, aber ich glaube da dafür, wie man die Vorgeschichte des Events bedenkt, ist das schon eigentlich ziemlich gut gewesen, was das am Ende bei rumkam, also auch bei den Vorträgen jetzt im Speziellen. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr nochmal irgendwie eine Auswertung macht, aber ich denke, da dürfte auch für den Großteil der Trainer, die das angehört haben und angesehen haben, sehr viel bei rum gekommen sein. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich eine Auswertung mache, weil auf der einen Seite ist es ja immer ganz spannend zu wissen, wie das aussieht, aber auf der anderen macht man das in der Regel deshalb, weil man vorhat, das nochmal zu machen und dann halt irgendwie gucken will, wo die Schwachstellen waren für das nächste Mal, aber weder weiß ich, ob ich nochmal die Trainertage organisiere, noch ob die dann digital stattfinden, weil eigentlich sind die ja als Präsenzevent geplant, oder ob ich irgendwie abseits vom DDRF sowas in der Art nochmal machen möchte, als digitales Ding oder so, keine Ahnung, aber wahrscheinlich wäre es schon netter, die Daten erstmal zu haben, egal ob man sie dann vollständig verwendet oder nicht. Ja, also wer weiß, es geht jetzt vielleicht ja auf die nächsten x Jahre so, dass es immer irgendwie kurz bevor die Trainertage stattfinden können. werden sie abgesagt und man muss sie digital durchführen, wenn man dann ein gutes Feedback hat, was funktioniert hat und wo man noch optimieren kann, ist bestimmt in jedem Falle hilfreich. Was hattest du denn jetzt eigentlich erwartet von den digitalen Trainertagen? Du meinst, weil ich meinte, dass ich skeptisch war, ob das so gut klappt? Genau, also was wäre vorher deine Erwartungshaltung gewesen? Na, ich habe die Befürchtung gehabt, dass die diese Seminare als reine Vorträge doch ein bisschen zu trocken sind, gerade so für anderthalb Stunden, dass man damit irgendwie schon die Leute ein bisschen verliert. Also ich finde anderthalb Stunden sich zu konzentrieren ist eine sehr große Herausforderung nicht umsonst in Schulstunden irgendwie eine dreiviertel Stunde und dann hast du irgendwie zehn Minuten Pause weil es halt extrem schwierig ist so lange konzentriert zu folgen aber ihr habt das alle sehr sehr gut gemacht durch audio visuelle Unterstützung und so bisschen Häppchenweise also man hatte immer Phasen in denen konnte man ich will nicht sagen abschalten aber da da musstest du nicht voll konzentriert sein du musstest nicht deine Aufmerksamkeit extrem da drauf lenken sondern du konntest etwas aufnehmen aber es war naja das war eine gute Portion sag ich mal und dann gab es eben wieder Phasen da musstest du dich konzentrieren und dieser Wechsel hat das sogar ganz also im Prinzip wie ein Live-Event habt ihr es schon geschafft rüber zu bringen alle vier die ihr insgesamt wart beziehungsweise alle drei Vorträge und bei dem Open Space da wusste ich auch nicht wie wie das so funktioniert also ich kannte Discord bisher noch nicht als das Tool was du ja dann dafür verwendet hast und da konnte ich mir auch schwierig vorstellen wie gesittet das ablaufen soll und wie es generell funktionieren soll das war der Grund weswegen ich da ein bisschen skeptisch war ok und wie hast es dann erlebt im Ende ja die Vorträge eben ganz ausgezeichnet und auch den Open Space also den ist im speziellen genau da war ich sehr überrascht wie gut es dann doch funktionierte also so wie du gesagt hast es haben sich ja nur Leute zusammengefunden die wirklich ein Interesse hatten an einem bestimmten Thema und da ging es auch wirklich nur darum dieses Thema zu weiterzubringen oder zu diskutieren und irgendwie dort irgendwie einen Mehrwert zu schaffen also das fand ich sehr beeindruckend es haben sich da alle irgendwie mehr oder minder man könnte sagen ziemlich committed dort irgendwie ja eine ordentliche Leistung abzugeben auch in dem Open Space und dazu beizutragen dass irgendwas besser wird also ich habe den auch sehr sehr positiv erlebt ja ich war auch ein bisschen skeptisch ob das klappt weil wir haben die Vorträge mit Zoom gemacht weil sich das für so Sachen wo man eine starke Moderatoren Rolle hat besser eignet und Discord halt eher so ein demokratisches Ding ist wo jeder mal machen kann das heißt wir haben sogar das Tool gewechselt während eines Tagesevents aber Discord hat bei den meisten auch ganz gut hingehauen wir hatten einen der hatte Verbindungsabbrüche und hat sich dann frühzeitig ausgeklingt und bei einem hat das Mikro nicht funktioniert aber der hat es dann hingekriegt einfach über einen eigenen Textkanal quasi mit dem Chat miteinander zu kommunizieren was auch irgendwie funktioniert hat die Trainertage in echt wären genauso ein Erfolg gewesen oder anders würdest du die Trainertage digital als Erfolg bewerten also unter den Voraussetzungen auf jeden Fall das waren ja dann auch 40 Leute da also nicht jeder den ganzen Tag aber so über den Tag verteilt waren wir tatsächlich mit allen Vortragen und so weiter dann 40 Leute im Call das ist schon mal ziemlich gut zumal ja auch die Ankündigung dass das irgendwie digital stattfindet und die Reservierung und so weiter ja auch alles eineinhalb Wochen vorher aufgemacht wurde ja genau also das wäre wahrscheinlich noch besser gegangen wenn man irgendwie noch mehr ein bisschen Vorlaufzeit gehabt hätte es gab sehr wenig technische Probleme bei den Vorträgen nur einen aber das war auch mal nach einmal wieder reinkommen war es dann okay und bei Discord eben leiten einen den wir wegen Verbindungsabbrüche verloren haben und einen der Problem mit dem Mikro hatte beim Rest hat es auch funktioniert also Technik hat geklappt Zeitplan hat geklappt Konzept an sich hat auch geklappt also ja ich würde sagen das würde ich jetzt doch mal als Erfolg bezeichnen cool denkst du dass die die Trainertage live genauso ein Erfolg geworden werden also ich denke live werden sie noch besser geworden alleine weil diese Teilnehmer Vorträge das habe ich jetzt auch schon bei anderen erlebt also wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel so für unsere Trainer ein Trainer Seminar gemacht was wir dann aber geöffnet haben da ist jetzt nicht wer weiß wer gekommen von der Anzahl her aber es waren doch zwei externe Fechter da und die waren auch so ah na nee komm ich brauche da nicht mitmachen passt schon und ich mache das schon so lange aber dann haben sie halt doch mitgemacht und siehe da die waren halt auch hellauf begeistert wie gut oder ja wie vielfältig auch das Feedback ist und wie das einfach auf Dinge hinweist an die man sonst nicht denkt und ich denke also wenn man das jetzt so im das war schon was was gefehlt hat ja auch die Workshops hätten mit mehr Zeit und mehr Interaktion wahrscheinlich von profitiert es wären aber andere Leute da gewesen als die die jetzt da waren das ist auch ganz klar also wir hatten zum Beispiel Leute aus Wien dabei die wären sicherlich nicht bei den Ulmer Trainertagen dabei gewesen also es war auffällig wenn du dir die Reservierungen anschaust so ungefähr weil deren alte Teilnehmergebühren hätte man einfach verrechnet also sie hätten nicht mal eine neue Überweisung machen müssen das kann natürlich sein dass ein paar dann einfach keine Zeit mehr hatten aber sagen wir mindestens dann wahrscheinlich die Hälfte der Leute bei den analogen Trainertagen wollte dahin weil sie auch dieses Bild im Kopf hatten ich möchte mich mit anderen Trainern austauschen einfach mit dem quatschen bei Mittag essen wo auch immer vielleicht im Rahmen des Ville Wins vielleicht auch ohne aber die wollten dieses Gemeinschaftserlebnis haben und bei den digitalen war jetzt aber natürlich der Vorteil die waren die waren entfernungsunabhängig die mussten nicht irgendwie nah an Ulm sein da haben wir jetzt auch Österreicher sich eingeklinkt die halt sonst nicht dazugekommen wären und auch Leute aus Deutschland die halt also natürlich auch erst recht nicht wegen dem Tag nach Ulm gefahren wären aber auch bei zwei Tagen ist das natürlich ein deutlich größeres Investment was Fahrtkosten angeht und Übernachtungen und Co also es hat schon auch Vorteile würde ich mal sagen ja ich war das war ein Punkt wo ich jetzt nicht so böse drüber war von dass ich nicht von Dresden nach Ulm fahren musste denn so wie du sagst das ist eine signifikante Fahrtzeit und man muss übernachten und dann geht es ja Sonntag relativ spät also bis in den Nachmittag späteren Nachmittag hinein und dann quasi nochmal zurückfahren und dann ist man ewig spät dann erst zu Hause das heißt das war durchaus eine ganz charmante Sache dass ich da hier auf der Couch sitzen konnte und mir quasi Trainertage TV anschauen konnte ich machen in der Form aber man kann es halt theoretisch mit also wenn man nicht erstmal zweimal analoge Trainertage organisiert sondern gleich von Anfang an digital sind die theoretisch auch weniger Aufwand als wenn man analoge organisiert also da könnte man theoretisch auch einfach noch ja also einfach unkomplizierte so ein Tagesding auf die Beine stellen wenn man von Anfang an weiß das wird digital und das auch kommunizieren Feedback Runde ja wie wäre das abgelaufen was wäre da passiert was wäre der individuelle Mehrwert gewesen also du hast 30 Teilnehmer das war das Limit und dann nochmal drei Trainer Schrägstrich Workshopleiter also 33 Leute man hätte die Leute aufgeteilt in 10 Personen Gruppen und jede Gruppe hätte quasi zwei Trainer dabei gehabt also einen der einen Vortrag gehalten hat und einen noch von uns von den Schabenfedern als Betreuer die dann auch entsprechend eingewiesen worden wäre und dann hätte am Sonntag und das wäre der komplette Sonntag gewesen jeder dieser Teilnehmer einen 20 minütigen Workshop gehalten mit einer 10 minütigen Feedback Runde zu einem Thema also das Thema hätte man dann auch am Samstag Abend festgelegt das wäre aber relativ groß gewesen zum Beispiel Zornhau du kannst halt sagen du bringst den Leuten überhaupt ein Zornhau bei wenn du vielleicht auch relativ frisch im Training bist oder du sagst nee ich glaube das ist eine erfahrene Gruppe ich mache irgendwie Zornhau Folgeaktionen oder vielleicht sogar Ringeingänge aus dem Zornhau oder was auch immer was dir halt dann eingefallen wäre und 20 Minuten sind nicht viel Zeit aber 20 Minuten sind genug Zeit dass man 2-3 relativ gut zur Geltung und insbesondere wenn da andere Trainer dabei sind die haben alle einen eigenen Blick für eigene Dinge also zum Beispiel als ich habe das wie gesagt schon 5-6 Mal in Salzburg mitgemacht ich habe zum Beispiel einmal was gemacht ich habe die Leute alle in einer Linie aufstellen lassen mit dem Rücken zur Wand und ich mich gegenüber und dann standen die zu nah an der Wand für das was ich mit den wachen wollte also habe ich allen gesagt wir sollen mal einen Schritt auf mich zumachen ich habe mir natürlich in dem Moment absolut nichts dabei gedacht weil ich das gewöhnt war so die Gruppe hat sich so zu verhalten und aufzustellen wie ich das für die nächste Übung für richtig halte und dann meinte einer von den Leuten das krass dass ich das gemacht habe jetzt im positiven Sinne dass ich für ihn wäre das irgendwie er hätte nicht dieses Selbstvertrauen als Trainer so eine Gruppe zu steuern und das wäre also ja das war interessante Erkenntnis weil da hätte ich nie im Leben drüber nachgedacht dass das irgendwie für Leute ein Faktor sein könnte da war da noch ein anderer Österreicher dabei der hat das das noch so ein bisschen schatzhalber abgetan mit ja ja das letzte Mal als mit einem Deutschen und so das ist nichts als Österreicher und das sind aber Dinge die fallen dir nicht auf auch so Sachen wie zum Beispiel das auch so ein Ding was mir persönlich auch immer so ein bisschen nervt bei anderen Trainern es passiert ganz oft dass sie sich nicht an der gleichen Stelle in Halle aufstellen mit den gleichen Leuten in der gleichen Aufstellungsphase zum Beispiel im Kreis sondern dass die rumwarnen die stehen mal links mal rechts mal vorne mal hinten das verwirrt die Teilnehmer weil die müssen sich jedes Mal im Raum orientieren das dauert immer ein bisschen länger dann stellen die sich auf und das kriegst halt alles weg also diese Steuerung von Gruppen auch wie deine Sprache ist dass du wartest bis bis alle da sind und fängst dann zu reden an oder fängst du schon reden an während alle noch zu dir laufen und bis der letzte da ist hast schon die Hälfte der Erklärung verpasst solche Sachen das fällt halt auf wenn du Trainer hast denen bewusst ist dass das ein Problem ist und die sagen dir das dann und wenn dich jemand drauf hinweist dann sagen auch stimmt da hab ich noch nie drüber nachgedacht oder schon lange nicht mehr dann kannst das anpassen dann kannst im nächsten Training hingehen und sagen hey ich acht mal drauf ich lasse die Leute zu mir kommen ich warte noch einen Moment länger bis wirklich alle dastehen und die Aufmerksamkeit habe und dann sage es was solche Dinge also da geht es dann wirklich um die schon um dein Auftreten als Trainer oder geht es auch um zum Beispiel die Methodik der Wissensvermittlung ganz klar auch das also das kann du kannst alles anmerken was dir als Teilnehmer aufgefallen ist was du glaubst das hilfreich ist für den der jetzt gerade den Workshop geleitet hat den 20 minütigen also ich habe zum Beispiel auch mal ein Feedback bekommen das so bei den also ein positives so bei den anderen hat sich das total gehetzt angefühlt die 20 minuten und da war irgendwie sehr viel Inhalt und ich habe immer das Gefühl gehabt ich habe zu wenig Trainingszeit aber dir hatte ich das Gefühl die Trainingszeit hat locker gereicht für alles was ich machen wollte und das war halt jetzt eine von letzten Mal als ich da war als ich schon relativ erfahren war das relativ viel gemacht habe weil ich wusste naja also es auch dieses unwichtige Informationen weglassen dieses redet man zu viel erzählt man Dinge die nicht relevant sind gut es gehört auch eher noch zur Didaktik als Trainings Aufbau aber zum Beispiel auch sowas wie du hast die Übung so und so angesagt und ich habe mich dabei nicht sicher gefühlt aus den und den Gründen das wäre halt auch was was einfach jemand sagen würde was dir dann vorher vielleicht nicht klar war cool also es ist ja nicht nur der Fall dass zum Schilhau gegeben den wir wahrscheinlich in einem Spoiler in einem der nächsten Schwertgeflüster Episoden im Quellengequassel mal durchgehen wollen weil hier ist wirklich beim Schilhau gibt es wirklich massiven Bedarf dass wir hier einmal die wahre Lehre sozusagen jetzt festzummen wie der Schilhau durchzuführen ist den Schilhau Trademark genau und das ist mir halt auch so eine Kleinigkeit aufgefallen die ich total cool fand und zwar habe ich immer wenn ich Leuten gesagt habe was sie an Ausrüstung nehmen sollen habe ich gesagt nehm bitte Maske Halsschutz Handschuhe und ein Schwert und du hattest das alles vor dir liegen Maske den Halsschutz Schwert die Handschuhe und hast gesagt für die nächste Übung brauchen wir alles was ihr hier seht an Ausrüstung das war ich das war so ein Aha Moment ich muss mir nicht im Mund fusselig reden und dann fragt einer was brauchen wir jetzt sondern du sagst halt hier das da kann jeder nochmal hingucken das bleibt auch da liegen wenn man es gerade nicht gehört hat und so eine Momente sind halt auch super wichtig wenn du Trainer bist und das irgendwie schon zu lange machst einfach um Impulse zu bekommen und ich glaube da ist so eine Feedback Geschichte wo du wo es da quasi nicht so um dieses Feedback geht was du bekommst für das Training was du gibst sondern quasi den Mehrgewinn dadurch dass irgendwie alle so einen Workshop halten oder so zu einem Thema einen Unterricht halten müssen ja also du brauchst quasi auch ein vergleichbares Thema dass du das halt machen kannst wie gehen andere Leute an das Thema ran also das kann auch ein bisschen enger sein aber so prinzipiell dieses jetzt sind ja zehn Leute pro Gruppe dann hast zehn Workshops zum Zonha gehört und zehn unterschiedliche Perspektiven auf das Ganze sowohl was die Herangehensweise angeht auch die Didaktik angeht als auch den Inhalt angeht und das ist natürlich auch wie du sagst sehr wichtig und hilfreich und was man vielleicht auch nicht vergessen sollte ist es auch du stehst ja dann da und kriegst Feedback und du gibst Feedback also zum einen ist es natürlich auch eine Übung für die Leute Feedback überhaupt zu erhalten die das vielleicht nicht mehr so kriegen bei sich ja also einfach mal so also das ist das wofür du einen Moderator brauchst also da brauchst wirklich einen Moderator das wäre das was quasi Leute von uns auch gemacht hätten die vorher eine Einwissung gekriegt hätten wenn dann jeder anfängt und er kriegt Feedback aber ja das lag daran und das habe ich aus dem Grund gemacht und einfach einfach mal zuhören nicken dich bedanken dann mal ein paar Tage drüber nachdenken und dann überlegen was du damit machst nicht rechtfertigen sich nicht entschuldigen einfach mal Klappe halten zuhören das ist am Anfang glaube ich auch sehr schwierig einfach Feedback einfach Informationen einfach aufzunehmen und wirklich für sich selbst zu verarbeiten also nicht Selbstinformation daraus direkt wieder zu generieren und auszugeben ja und du darfst halt auch nicht in so eine Abwehrhaltung verfallen weil du dich dann auch mental natürlich zumachst und dich eigener Verbesserung halt verschließt ja ich sag mal Feedback bekommt natürlich jeder Trainer bei jedem Training was er gibt in verschiedensten Formen also von seinen Trainierenden sei das jetzt wirklich in einer verbalen Variante eben dass man eine Rückmeldung bekommt das war gut das hat mir gefallen das könntest du anders machen was auch immer oder eben einfach wie sie auf die Übung reagieren wie wie die Gruppendynamik ist wie sie der Übung folgen hast du Disziplin in der Gruppe hast du Disziplin Probleme all sowas ist ja auch eine Art von Feedback du bekommst als Trainer und ich glaube das ist auch super wertvoll dann erstmal in so einer Runde anfangen zu können sich so ein bisschen seine wie soll ich sagen ein offenes Mindset zu generieren für Feedback genereller Natur dass man auch in der Lage ist subtileres Feedback was einem die Gruppe gibt besser aufnehmen zu können und in besseres Training umsetzen zu können ja das ist halt implizites Feedback wenn du explizites Feedback kriegst kriegst du halt wenn du Glück hast auch mit was in den Leuten vorgeht in dem Moment was du sonst nicht mitgekriegt hättest eben weil die Leute über Gefühle reden und dass sie sich zum Beispiel wohl oder nicht wohl gefühlt hätten haben bei einer Sache die du gemacht hast wie zum Beispiel alle den Schritt nach vorne kommen zu lassen wer auch immer die nächsten DDRF der neue Standard ist gesetzt was würdest du denn jetzt sagen also wäre dir das lieber gewesen wenn das ein zwei Tage Präsenzevent in Ulm gewesen wäre abgesehen von den Strapazen drumherum halt Anfahrt Übernachtungskosten wäre mir das durchaus lieber gewesen also ich finde Sport machen lernt man am besten durch Sport machen und das geht immer noch am besten wenn man sich wirklich miteinander trifft und da vor Ort ist und gerade dieser Feedback Teil der ist halt super wertvoll und das wäre glaube ich ein super wichtiger Teil gewesen wie ist es dann mit so Digitard Events ist das was wo du sagst naja wenn es gar nicht anders geht kann man das machen so besser als nichts oder ist das ein naja das sein wenn es dann zum Beispiel einmal öfter stattfindet im Jahr als nicht oder so das ist ein interessanter Punkt also ich denke besser als nichts 100% also dieser digitale Trainertag hat einen signifikanten Mehrwert gehabt auch für mich und war umwelten also es wäre wirklich sehr sehr schade gewesen es wäre Verschwendung gewesen das nicht durchzuführen also es war digital auch ein super Event das ist ein interessanter Punkt kann man das als Ergänzung zu zu Präsenzevents sehen also ich fände das in der Tat mal ein interessantes Konzept dass man ob man sagt man macht ein digitales Event mit Vorträgen und wie auch immer geartet und baut dann ein Präsenzevent darauf auf das heißt die Leute die Teilnehmer können sich das vorher mal angucken können den Vortrag hören können Fragen dazu stellen können sich mit der Materie schon mal ein bisschen beschäftigen kriegen vielleicht Literaturempfehlungen an die Hand wissen dann auch schon ungefähr was sie erwartet und können dann gezielter auch an den Seminaren auf dem Präsenzevent teilnehmen also zum Beispiel hätten wir jetzt hier die drei Vorträge gehabt jeder hat die gehört und jetzt kann jeder sagen ah cool ich möchte jetzt bei dem Präsenzevent da und da in diesem Seminar teilnehmen und ich habe noch die und jene Fragen und ich möchte genau wissen wie das und das funktioniert also ich glaube den zusätzlichen Mehrgewinn kann man damit noch steigern ok das wäre jetzt das Szenario dass sie tatsächlich direkt aufeinander aufbauen was wäre wenn es einfach ein zusätzliches Angebot dieser Art gäbe was aber inhaltlich nicht mit dem normalen Trainertage Wochenende zu tun hat naja es wäre die Frage was der Vorteil davon also es müsste ja einfach also da wäre ja nur der Vorteil dass man nicht direkt vor Ort sein muss oder was siehst du darin noch für Vorteile außer dass die Leute keinen Stress mit der Anreise und Übernachtung haben naja es ist halt insgesamt eigentlich weniger Aufwand für für alle Beteiligten also natürlich für die Teilnehmer aber auch für die Trainer wenn du das vorher weißt wie gesagt wenn du das zweimal anders organisiert dann ist es deutlich mehr Aufwand aber wenn du zum Beispiel sagst die Trainer müssen auch nicht anreisen dann finden und es ist nur ein Tag beziehungsweise sie können sogar nur ihren eigenen Slot machen und dann einfach was anderes machen an dem Tag das erhöht zum Beispiel ja schon die Wahrscheinlichkeit dass man einen Termin findet der allen passt und selbiges wenn du zum Beispiel sagst ich muss keine Anreise bezahlen weil die machen das von daheim aus dann drückt das die Kosten dadurch kannst das besser anbieten du kannst das besser skalieren weil mehr Leute teilnehmen können also wir hatten ja jetzt eine Zoom Lizenz für 100 Leute wenn 100 Leute mitgemacht hätten wäre zum Beispiel Video aufnehmen und veröffentlichen weil das ja von Anfang an als so ein Vortrags Medium gedacht war also es gäbe schon ein paar Sachen wo du sagen könntest naja wäre vielleicht auch besser weil einfacher oder skalierbarer als so ein Offline Ding beim Offline Ding hat der persönliche Kontakt natürlich um Welten besser und du hast noch mehr die Chance wenn das gut aufgezogen worden ist sozusagen dass das einfach noch mehr hängen bleibt bei den Leuten so würde ich jetzt gerade sehen also du würdest das dann wie eine Webinar Reihe sehen ich glaube tatsächlich wenn ich das jetzt nochmal machen würde mit den gleichen Teilnehmern aus welchen Gründen auch immer oder zumindest im starken Überlapp würde ich wahrscheinlich den Vortragsteil noch weiter zurückfahren und den Open Space Teil noch weiter hoch fahren weil ich jetzt könnte man den Teil hoch fahren und das halt noch mehr nutzen dass die Leute sie austauschen können auf eine strukturierte Art und Weise und halt ihre Probleme damit gelöst werden können würdest du da für den Open Space es sind ja nicht alle Räume voll geworden das haben wir gesehen dass die Themenfindung da schon ein bisschen zurückhaltend war würdest du da okay jetzt wissen die Leute ungefähr wie das funktioniert aber nehmen wir mal den Fall an dass auch andere jetzt sich dafür interessieren wie würde man das gestalten dass man genügend Themen für so einen Open Space findet also ich hab mich da auch mit Leuten die so Sachen in echt organisieren unterhalten und die meinten auch das Haupt Ding sei die Gewöhnung der Teilnehmer an das Format wenn man das Format schon mal mitgemacht hat und man weiß dass das kommt dann kann man sich vorher schon mal überlegen gibt es denn irgendwas was ich selber gerne besprechen würde beziehungsweise viele trauen sich ja auch nicht beim ersten Mal dann irgendwie selber ein Thema so keine Ahnung wie wird das und das wird halt alles einfacher wenn die Leute das schon mal mitgemacht hatten also wir haben zum Beispiel beim Schwabenhau schon Open Space gemacht für und wenn es beim nächsten Mal noch mal mehr Leute kennen würden und ja das sollte dazu führen dass die Leute halt ein bisschen bereitwilliger sind selber auch über ihre Probleme eben zu sprechen die auch einzubringen als eigenes Thema und dass sich dann die Themen ausreichend zusammen finden wenn man auch weiß worauf man sich da eigentlich einstellen kann aber du würdest jetzt da nicht hergehen und sagen auch so eine Handvoll an Themen die du quasi auch von dir aus mit einstreust wo du sagst hier wo du der Meinung bist das könnte jemanden interessieren die du dann im Open Space mit rein stellst ne also ich meine wenn mich das persönlich interessiert ich tatsächlich mit jemand besprechen würde ja aber nicht einfach so weil es hängt ja alles dran dass sich die Leute die sich dann zusammen finden wirklich für spezifisch dieses Thema interessieren und also ich hätte nicht gedacht was also die Themen die dann letztendlich auf der Liste standen war nicht die Themen die ich erwartet hätte dass da drauf stehen ich dachte da kommt jetzt irgendwie so Corona zurück zum Beispiel so wie macht ihr das denn mit Corona Training so habt ihr Hygienemaßnahmen oder was immer wenn du mich vorher gefragt ist wäre mir absolut sicher gewesen das also von daher es muss ja wirklich bedarfsgerecht sein für die Teilnehmer du kannst natürlich so ein bisschen Rahmen thema weiter einschränken wenn du das möchtest aber ich sag mal wenn das E-Trainer sind und über Trainer Dinge reden ist das glaube ich ausreichend klar was das Ziel von dem Ganzen ist zumal du ja auch über manche Sachen wie wie geht euer Zornhau nicht reden kannst ok würdest du noch etwas hinzunehmen zu den nächsten digitalen Trainertagen was womit ich nicht gerechnet hätte war dass die Pausen so gut funktioniert haben also es gab ja das ganze war so während die Leute vorgetragen haben konnte keiner aus den vortragenden mir als Moderator was sagen wenn es eine Frage gab habe ich die vorgelesen dass die Leute nicht so im Redefluss unterbrochen werden und man nicht diese Geschichten hat mit Leuten die schlecht eingestellt das Mikrofon haben und die Hälfte der Zeit verstehst sie nicht und in den Pausen habe ich aber gesagt so jetzt haben wir 15 Minuten Pause oder auch Mittagspause ich schalte das um dass jeder sich einfach selber die Stummschaltung aufheben kann und da haben sich Gespräche bei den Teilnehmer untereinander ergeben was ich so jetzt nicht erwartet hätte zum Beispiel da hat dann dass das mit der Konzentration einfacher wird als auch die Leute sich mehr austauschen können aber ich sag mal wenn du den Open Space länger machst dann wäre das wahrscheinlich auch okay gewesen naja ich sag mal beim Open Space ist ja dann wieder das Thema sehr sehr fixiert wo es halt dann wirklich auch darum geht dieses was ja der Winz davon ist dass du produktiv an einem Thema arbeitest und in den Pausen ergeben sich ja Gespräche über Gott und die Hema Welt das stimmt das wäre jetzt zum Beispiel auch gewesen wenn du einfach nicht so viele Themen zusammen gekriegt hättest dann wären halt manche Gruppen früher fertig gewesen und die wären dann wahrscheinlich auch in die Launch gegangen also den Hauptraum und hätten miteinander gequatscht bis das nächste Thema anfängt was interessiert das hätte denke ich genauso funktioniert für die Art von Kommunikation okay du warst ja jetzt auch auf den alten Trainertagen die nicht von mir organisierten warst du da zwei drei ich war auf ein zwei 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 oder drei drei auf drei auf drei Trainertagen war ich okay und ich meine du kennst jetzt das Konzept was stattgefunden hat den Teil und du kennst das also den Teilnehmerworkshops Teil der am Sonntag noch hätte passieren sollen wenn du das jetzt vergleichst mit den Trainertagen also mit den alten die stattgefunden haben damals noch ist das irgendwie also klang das jetzt nach einem besseren Konzept von dem was du gesehen hast oder ja nicht besser das ist zu werden aber sagen wir mal das Ziel erreichen die Teilnehmer besser einzubinden ja auf jeden Fall also die alten die alten Trainertage die prä 2020er Trainertage haben ihr Ziel sehr gut erreicht zu einem bestimmten Thema Expertenwissen zu vermitteln ich würde mal sagen das war das also oder anders gesagt das haben sie erreicht und wenn das das Ziel war da haben sie das sehr gut erreicht also es war immer so ein gewisses Thema worum die sich gedreht haben und dazu haben halt 1 2 3 4 x Leute einen entsprechenden Vortrag ein Seminar was auch immer gehalten und man hat dann eben entsprechend Wissen mitgenommen hat sich dann in den Pausen vielleicht mal irgendwie mit anderen unterhalten oder dann eben beim Abendessen beim gemeinsamen und den Teil hatten wir hier auch mit den Vorträgen das denke ich ist absolut vergleichbar und dieser dieser zusätzliche Informationsaustausch zwischen den Trainern der war aber um also der war bei den früheren Trainertagen so nicht gegeben also du hast den natürlich mit jemandem unterhalten aber halt mal mit einem oder zwei und hast auch nicht alle so gut kennengelernt gut okay jetzt in digitaler Form natürlich sowieso nicht aber das war schon da war schon deutlich mehr Wissensübertragung zwischen den einzelnen Trainern und Trainerinnen gegeben also der Wissenstransfer war nicht nur unidirektional sondern multivektoriell das war das war schon gut und wenn ich mir das jetzt vorstelle mit dem mit der Feedback Runde in Realität in Live das ist glaube ich ein so wie du es beschreibst das ist ein unvergleichlicher Mehrwert also ich würde mir wünschen dass die wenn es mal wieder HEMA Veranstaltungen gibt die als Präsenz Veranstaltungen durchgeführt werden dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen dass Trainertage auch mal in der von dir konzeptionierten Form als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden ich glaube das wäre mir richtig richtig gut liebe Hörer wenn ihr mal die ddhf Trainertage durchführen wollt dann schreibt doch dem info at ddrf oder so das ist der der Vize Bildung der dafür verantwortlich ist denn quasi Trainer Ausbildung Trainertage Trainer Wissensvermittlung fällt in den Bereich Bildung das heißt ihr könnt glaube ich schreiben an missbildung at ddrf .de nein an bildung at ddrf .de das wäre so zuzutrauen dass es diese E-Mail Adresse gibt besonders bei unserem Bildungsvize kann ich mir vorstellen dass er die eingerichtet hat was ich noch fragen wollte war gab es für dich inhaltlich eine Überraschung bei den Informationen über alles also über die Vorträge die Kurzvorträge und den OpenSpace also wenn es mehrere gab was war die größte inhaltliche Überraschung ich meine jetzt nicht von der Struktur her sondern von der Information die wirklich ausgetauscht worden sind also was mich überrascht hat ist dass es eine und da kommen wir zu dem Punkt dass man als Trainer wenn man das zu lange macht eine bestimmte Sicht hat denn mir war nicht bewusst dass also nicht bewusst ist vielleicht zu straff ausgedrückt aber ich war überrascht über die Diversität die wir in der deutschen HEMA Szene haben dass es eben Gruppen gibt die haben ihren Fokus zum Beispiel recht klar auf Schaukampf Veranstaltungen die machen zwar HEMA und interpretieren Quellen und versuchen quasi das was sie dort machen möglichst quellengetreu und ich sage ich nenne es jetzt mal realistisch zu machen aber für die ist sozusagen dieser mittelalterliche Schaukampf durchaus was was den größten Teil ihres Trainings einnimmt was so wofür sie halt das die ganze Sache machen und das fand ich sehr überraschend dass es eben ja nicht alle wollen Turniere fechten und Freikampf machen okay ja also das ist ja schon so ziemlich das weiteste wie man da vorweg sein kann ja für mich natürlich völlig unverständlich aber nein das fand ich fand ich sehr cool weil auch die die Trainer die dann eben da aus dieser Gruppe oder der Trainer der aus dieser Gruppe da berichtete halt auch sehr schön rübergebracht hat wie wie viel Spaß denen das macht und dass sie dieses Hobby quasi mit HEMA also quasi mit mit Quellen ja zusätzlich aufwerten können und das war das war schon sehr sehr interessant spannend und Bone Stacking fand ich auch also bester bester Begriff dicke Props an Tore ich war überrascht im positiven Sinne von Toms Vortrag weil der der Tom ist auch in diese ganzen rechtlichen Geschichten eingestiegen und auch wie das hat was man wirklich alles beachten muss wenn du das kommerziell machen willst also dass du irgendwann auch davon leben kannst und so und Tom war wesentlich freizügiger auch mit mit den Zahlen und mit den Daten also er hat uns sogar seinen echten Business Plan gezeigt mit dem er damals den Kredit für seine Schule aufgenommen hat dass er da die Räume ausbauen konnte und so das hätte ich nicht gedacht dass er da wirklich so offen auch auf die Sachen eingeht also ich meine klar das ist jetzt alles schon Jahre her und die Zahlen sind doch natürlich schon lange nicht mehr aktuell aber dass er wirklich jetzt nicht nur sagt ja so ungefähr sieht das aus sondern uns mal das Original zeigt das hat mich dann schon überrascht auch wie er das ganze mal geschildert hat aus seiner Sicht wie das halt war also warum er sich dazu entschieden hat eine Schule zu gründen und kein Verein zum Beispiel was da seine Beweggründe waren es gibt ja jetzt nicht so viele Leute in der Hema Szene die davon leben tatsächlich also wirklich auch hauptberuflich und also Tom hat ja jetzt ja über 300 Schüler in seiner Schule und du denkst ja der Tom der fährt wahrscheinlich morgens mit dem Porsche zur Arbeit oder was er immer weil der so krass erfolgreich ist und quasi das war er ja auch schon immer aber ja halt auch dass er erstmal irgendwie zwei Jahre gebraucht hat bis er überhaupt mal ein Plus da war das war schon ja hat mich überrascht dass er das auch dass er da drüber redet und uns das auch da teilhaben lässt auf jeden Fall ich glaube das war auch für viele die in Vereinen trainieren ein ein gewisser Erkenntnisgewinn warum Seminarleiter die jetzt sozusagen davon leben müssen bestimmte Preise aufrufen wenn sie ein Seminar geben dann wenn man wenn man sich anguckt was sie für Ausgaben haben dass sie einen Kredit aufnehmen müssen wie die kalkulieren müssen du musst ja auch dann kommt mal eine Pandemie und dann brechen dir irgendwie ein paar Einnahmen weg du musst ja auch Rücklagen bilden und das alles führt dann dazu dass du dir denkst ja gut okay dann ist es halt x Euro für ein Seminar für ein Tagesseminar ja klar ist vollkommen nachvollziehbar wohingegen wenn du irgendwie in deiner Vereinsblase schwimmst also eingetragener Verein Geld spielt keine Rolle ja genau wenn bei einem Monat kein Training ist dann mache ich halt nicht so viel Sport aber sonst ist es auch egal ja genau da sieht die Welt halt ganz anders aus das finde ich in der Tat auch ziemlich cool ja also das ist halt so ein bisschen dieses wenn man sich davon entscheidet vom Schwertkampf leben zu wollen dann muss man auch davon leben können ja und das ist nicht einfach und ja also da könnte ich mir auch vorstellen dass es so ein bisschen dazu geführt hat eben wie du sagst den also ein bisschen den Blick für die also die Perspektive des Anderen besser einnehmen zu können und so ein bisschen diese zwei Welten die ja auch gerne mal in Streit geraten hat man so den Eindruck so ein bisschen näher wieder zusammenzuführen wenn man halt mal weiß was da eigentlich dahinter steckt ja auf jeden Fall also das unternehmerische Risiko was du hast wenn du eine Schule aufmachst und davon leben möchtest das musst du halt dann einpreisen das ist vollkommen verständlich ja also auch falls sich Tom unseren Hörern befindet vielen lieben Dank für den Vortrag das war sehr interessant generell an alle die zu den Trainertagen beigetragen haben auch die Teilnehmer das waren denn das hat ja wirklich von den Teilnehmern gelebt deine Idee ist auf dein finsterer Plan ist aufgegangen war ein richtig cooles Event und hat mir richtig Spaß gemacht das war dann zum Schluss war es ein bisschen es war noch nicht zu lang aber wir haben ja da von neun bis sechs glaube ich waren wir beschäftigt das war schon das hat dann schon gereicht ich denke auch das war die Grenze von dem was du digital machen kannst ja na gut man könnte jetzt natürlich einen Ausblick geben wie das da weitergeht wie jetzt ja schon rauskam 2021 kein Plan man weiß nicht wer es macht man weiß nicht ob es jemand macht und wenn jemand es an einem Termin machen würde ob es stattfinden könnte Quintessenz ist ich glaube Quintessenz ist wenn ihr die Trainertage 2021 veranstalten möchtet als Präsenzveranstaltung und ihr wollt einen ihr legt einen Termin fest dann versucht den einfach drei Wochen vorher durchzuziehen ja genau egal wann einfach drei Wochen nach vorne ziehen ja wenn man denkt den perfekten Termin gefunden zu haben dann nochmal drei Wochen vorher genau und dann wird das auch was ich denke wenn das jemand machen würde könnte sich oder sie sich an dich wenden um wie soll ich sagen um das Präsenzevent möglichst gut zu gestalten ja ja also das sicherlich das ist ja auch kein Problem aber könnte man vielleicht noch was sagen das eine was mich sehr gefreut hat war dass ich innerhalb meines Vortrags auf Podcasts verweisen konnte ja also so dieses übrigens das hier haben wir schon mal in einem Podcast besprochen schaut euch mal das hier an und uns oder ja mir ist dann noch irgendwie aufgefallen dadurch dass ich mich auch so verschätzt habe mit dem was Leute eigentlich für Probleme haben das ist ganz cool wert besser zu wissen womit ihr liebe Hörer denn im HEMA Probleme habt beziehungsweise was euer größtes Problem im HEMA ist weil wenn sich herausstellt dass das Dinge sind die man lösen kann also gegen die Pandemie können wir ja auch nichts machen aber gegen viele andere Dinge wie zum Beispiel Vereinsorganisationen oder so Moment nicht gegen Vereinsorganisationen aber wenn ihr in der Vereinsorganisation irgendwie ein Problem habt oder so dieses ich habe einen Schülertyp der schwierig oder so da kann man eine Folge zu machen ja da kann man eine Stunde drüber reden da kann man euch sicherlich weiterhelfen und darum haben wir ein Formular aufgesetzt auf unserer Homepage das findet ihr unter schwertgeflüster slash Problem also schwertgeflüster.de schrägstrich Problem wo ihr uns das schicken könnt ja ihr gebt euren Namen an den werden wir dann auch irgendwie wahrscheinlich veröffentlichen also vorlesen oder so in der Art und da könnt ihr uns einfach mal kurz schildern oder auch nur kurz ein paar Stichwörter geben was denn euer großes Problem im HEMA ist und das werden wir uns angucken wir hoffen auch dass wir da ein paar Antworten zusammen kriegen und dann werden wir das auswerten und schauen gibt es denn die Gemeinsamkeiten gibt es denn Dinge wenn wir da eine Folge darüber machen wo wir auch wirklich euch und dir jetzt zum speziellen lieber Hörer oder liebe Hörerinnen wirklich helfen können von daher geht auf schwertgeflüster slash Problem und schildert uns euer großes Problem im HEMA Ja das ist dann ein sehr schönes Schlusswort gegen Vereinsorganisationen kann man nichts machen mein größtes Problem und damit danken wir euch auch heute wieder für eure Aufmerksamkeit Ah eine Sache noch es wird zumindest ein Teil der Vorträge als Video geben zum Ausstellungszeitpunkt dieser Folge sind die hoffentlich schon veröffentlicht wir packen die auch auf die Folgenseite beim Schwertgeflüster also wenn ihr auf schwertgeflüster.de geht und dann auf diese Folge hier werdet ihr die finden können es ist nicht klar ob es alle gibt oder nur ein Teil davon aber es wird auf jeden Fall zumindest zum Beispiel meinen Vortrag weiß ich den kann ich online stellen da gebe ich jetzt die Rechte mir selber den online zu stellen auch bei den Kurzverträgen welche also es wird Material geben von den Trainertagen von daher könnt ihr da mal reinschauen und schauen ob vielleicht dann der Zauber des Events sozusagen über Video immer noch da ist The Magic of the Trainertage ich habe ja ich habe bei meinem Vortrag leider verpasst auf diesen Podcast zu verweisen ob also Alex hat mich dann noch danach darauf aufmerksam gemacht denn ich hatte gemeint also meinen Kurzvertrag findet ihr auch an besagter Stelle und da hatte ich dann darüber gesprochen wenn ihr Probleme mit Ernährung habt dann könnt ihr dies und jenes machen und natürlich könnt ihr auch eine Schwertgeflüster-Podcast-Folge zum Thema Ernährung euch anhören also dass du das nicht gesagt hast fand ich schon echt ein bisschen schwach ich habe es ja jetzt nachgeholt man kann sich ja immer verbessern gut dann lassen wir es für heute auch gut sein und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss tschau in der nächsten Folge liebe Hörer haben wir ein Urgestein der deutschen HEMA-Szene zu Gast Alexander Kiermeier wird mit uns über die Anfänge der deutschen HEMA-Szene reden und wir werden die Wahrheit erfahren wie es damals wirklich war seid gespannt hört rein und wir werden